Hi Freunde ich bin's Gamer Musi. Ich zog für euch wieder Fifa Mobile und wartet mal kurz jetzt ich will eigentlich diese Liga zu Ende haben. Es dauert noch bis ich die Liga zu Ende habe. Ich zog wieder zwei Runden für euch Freunde. Dann gehe ich ja wieder auf und ja ihr könnt auch in die Kommentare schreiben was ich zocken soll. Könnt ihr gerne machen oder wie ich mein Team ändern soll bei Fifa Mobile und ja Komm. Harlinho. Senjo. Harlinho. Harland probiert mal von da. Oh Torwart. Torwart ist stabil von denen. Okay. Harland. Komm komm komm. Komm. Und Senjo. Senjo de Bré. Senjo de Bré. Und ja man. Sagen wir mal ob Harland heute trifft oder nicht. Komm komm. Einfach laufen. Zu Harland geben oder zu Senjo. Senjo. Senjo de Bré. ist. Komm 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 komm. Oh der Gegner. Oh. Oh. Was haben wir da gemacht. Der Gegner ist einfach. Einfach weiter gelaufen. Faul. Eigentlich ein Faul. Eigentlich ein Faul Freunde aber auch egal. Komm komm. Wir müssen mal raus von unserer Ecke. Komm Senjo. Komm Senjo de Bré. Senjo de Bré. Senjo de Bré. Gibst du Harland. Harland. Martin. Martin. Na klar. Mach den Freunde. Harland. Martin. Na klar. Komm. Harland. Zu Senjo. Senjo de Bré. Senjo de Bré. Senjo de Bré. Ich hab gedacht der ist drin. Von Senjo de Bré. Komm. Komm Senjo. 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 Du bist so weit gelaufen. So weit bist du gelaufen oder hast dann das verkackt. Ey. Komm. Angreifen Mann. Und lauf. Lauf doch. Ja jetzt macht ihr den rein. Ich wusste es. Ey. Meine Männer sind so blöd zum Laufen glaube ich. Immer P. Immer P. Immer P. Was macht immer P. Was macht immer P. Was macht immer P. Trifft er den. Nein. Immer P. Na. Trifft auch nicht. Kenjo trifft auch nicht. Komm. Wie die Druck machen die Gegner. Die spielen echt gut. Wirklich. Die spielen echt nicht schlecht. Die Gegner. Und wir stellen uns so blöd an. Ganz ehrlich. Wir stellen uns so blöd an Freunde. Ey. Ich sag doch. Ich sag doch. Wir stellen uns so blöd an. Bei uns läuft nichts. Bei Senjo läuft nichts. Komm Senjo. Oh. Gefällt mir gerade nicht. Gefällt mir gerade überhaupt nicht. Komm. Komm. Kommt jetzt. Ich kann nur lachen Freunde. Meine Güte. Meine Güte. Komm Roland. Haaland. Haaland. Wenigstens du. Ja man. Wenigstens Haaland. Wenigstens der. Macht ihn rein. Das Spiel ist gleich vorbei. Wir haben uns echt blöd angestellt. Aber trotzdem gewonnen Freunde. Ja man. Obwohl wir uns so blöd angestellt haben. Haben wir trotzdem gewonnen. Dank Haaland. Ey. Im AP trifft nicht. Senjo trifft nicht. Ganz ehrlich. Keiner von denen trifft. Okay. Die Runde zocke ich noch. Dann. Gehe ich. Off. Schauen wir mal. Was jetzt passiert. Komm Senjo. Ey Senjo. Senjo der Bré. Was ist mit dir? Ja. Lauf einfach Senjo. Mach deine Tricks. Lauf. Kannst du es doch. Dann gibst du immer. Immer P. Ja. Endlich. 1-0. Endlich. 1-0. Endlich. Komm komm komm. Einfach laufen. Haaland. So Senjo. Senjo macht deinen Trick. Senjo komm. Wie hat er den gehalten Mann. Mit Fingerspitzen ne. Und. Haaland. Komm lauf. Pass. Lauf. 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 Und. Komm. Komm. Ja. Mann. Jetzt läuft es so gut. 2-0 Freunde. Komm. Paul. Von dem. Eigentlich habe ich Paul gemacht. Das ist auch egal. Senjo. Der Pass. Ja. Der Pass war nicht gut. Vorsicht. Weiter. Komm. Paarland. Klenden. Okay. Komm. Lauf. 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 Einfach. Lauf. 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 W nic. Lauf. L governments. Etwas ist Joan. Tta. Herr力量. Ko güzel. besser kommt lauf 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 der geht einfach vorbei haaland mp mp kommen da nicht und ward abseits ok immer p immer p immer p immer p ja mann jetzt trifft er mal vorhin hat er auch getroffen aber jetzt trifft er auch komm lauf haaland haaland macht er den komm ja haaland senso gefällt mir ja auch freunde aber manchmal stellt er sich so an na das war gut das war gut von senso ich habe gedacht er geht daneben aber war doch nicht das war echt gut von senso manchmal hat er das drauf manchmal hat er irgendwas haaland 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 trifft freunde haaland haaland senso de bre was macht die senso de bre was macht die senso de bre passt und ja mann mp 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 der trifft der trifft der trifft der trifft gute vorlage von senso und der mp macht ihn neu der trifft noch haaland vorbei 7-0 gewonnen freunde also freunde wenn euch das video gefallen hat gebt einen daumen hoch vergesst nicht zu abonnieren bis bald euer gamer musi die